danke für den hinweis und guten abend ich weiß nicht warum die capture card so nervig ist die macht das random ich kann es nur nicht mehr nachvollziehen wann es passiert weil als ich auf start geklickt habe sah doch alles gut aus ja sage ich ja das macht ja alles das ist alles an ich glaube mein pc will nicht dass ich streame obwohl das ist der streaming rechner also der streaming rechner möchte nicht dass gestreamt wird ja nur heute und sonst bin ich immer glatt rasiert wie ein baby pro hast du hast du hast du hast du eigentlich gesehen ich habe upgrades gefahren gestern kompletten stream damit verbracht um genau diese schild herzustellen und das hier weil es einfach dezent bescheuert ist ja und dann müssen wir noch über dein dach vom restaurant sprechen das hatte ich gestern nämlich extra nicht gezeigt in den in den dingsens hier wie heißt das im tiktok tiktak da muss noch irgendwas mit dem dach gemacht werden aber du hast erstmal auch schön welche die dach vom vibrator hüte ok zwischendurch werde ich mal wie gesagt wer lesen kann ist immer klar im vorteil aber hüte finde ich auch sehr lustig so 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 Oh. Meinst du? Die hatten ja extra nichts, also es wurde ja nichts weiter geschrieben. Deswegen war ich noch guter Hoffnung. Irgendwie so theoretisch noch. Oh. 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 Ah, okay. 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 Weil... Ich weiß nicht, wie ich es hingekriegt habe, aber ich habe die Beta. Oh. 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 Ich habe die Beta nicht mehr. Okay. Das war auch nur für, ich glaube, eine Minute oder so drinnen zu sehen. Dann habe ich das straight up auf Download geklickt. Oh. Hast du das hier mal einfach gedrückt? Oh. Oh. Ich habe hier jetzt einfach mal Install bei 150 Downloads. Oh. 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 Ich will nämlich jetzt den Zugang dann weghauen, weil ich den schon eingerichtet habe. Ja, die ist glaube ich das Beta-Ding gewesen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das müsste dann ja klappen, aber da ist die Frage, ob das dann auch im Spiel alles das richtige ist. Das war's für heute. Das war's für heute. Das macht 32 Stück. Damit krieg ich doch das Dach nicht fertig. Das war's für heute. Ja, okay. Dann war das die, die ich erwischt habe. Das war's für heute. Okay. Und das wird gleich genau wie folgt ablaufen. Du drohst dem Spiel, dass du jetzt doch kein ATM spielst, sondern Echo und schon kommt es raus. Das ist ja eigentlicher Standard, würde ich sagen. Ah, super. Das würde mich sehr freuen. Aber ich mach mal eben noch Tag. Tag. So. Okay. Okay. Ich hoffe, das reicht jetzt. Verdammt. Verdammt. Okay. Okay. So. Uh-oh. Das war's. okay ist das jetzt der letzte so wir kommen zurück so ich check noch mal eben nicht dass sich das hier bewahrheitet hat ein pfeil und hat sich nichts geändert mani hat kein zauber bewirkt so ich brauche noch acht blöcke verdammt habe ich noch welche sind hier noch welche drauf okay schade die die so ja das ist doch immer so oder dass du irgendwas völlig bescheuertes machst und dann passiert ist hallo wait a second ja ich wait a second ja doch jetzt jetzt okay cool hi hi da ist ja das was wir geplant haben überhaupt nicht funktional worauf bezieht sich das gerade äh äh atm komisch wie kommst du drauf ja keine ahnung guck mal richtung lager ich guck grad bei dir in den stream rein auch cool auch cool äh ich hab also ähm Ich glaube wir haben so einen dezenten Desink. Ach, meinst du? Warte mal, hatte ich nicht gerade meinen Kopf in dem Arsch von der Ziege? Ja. Kurzzeitig? Oh, sorry. Also wenn du dich hier hinstellst, so. Er hat noch ein kleines Stück nach vorne. Ein kleines Stück nach hinten. Wieder ein kleines Stück nach vorne. Ja. Sehr gut. Ich habe jetzt keinen Screenshot. Der ist ein schöner Ausblick nach dem. Was? Oh. Was? Jetzt nennst du sie schöner Ausblick und die ist weggespawnt. Ich habe nur das Thumbnail für den heutigen Stream gemacht. Das hat ja nicht so lange gedauert, bis du deinen Thumbnail zusammen hattest. Ja, ich war ganz gut. Ich habe übrigens die Forschung für Ölbohrung fertig gemacht. Das klingt nach Umweltverpestung. Oh ja. Da wusste ich nicht, ob du das machen willst, weil da ist Nylon und sowas mit drin, ne? Und Kunststoff. Auch wegen Schneiderei, ne? Genau. Aber wir müssen ein bisschen durchdrehen. Wir können jetzt den elektrischen Webstuhl herstellen. Das klingt gut. Ja, aber dafür brauchen wir so ein paar Sachen. Ein, zwei bestimmt noch. Ja. So, was brauchen wir da? Obwohl, für den verbesserten Schneidertisch brauchen wir Elektrowerke. Ja, wir brauchen noch Elektronik. Wieso zählt das hier nicht als Raum? Ähm... Weil das hier nicht abschließt, glaube ich. Ah, warte mal. Ich glaube, das mit den... Jetzt? Nein. Okay, warte mal. Ich befürchte, dass das mit diesen Betonsäulen, die du reingemacht hast, nicht funktioniert. Ja, doch. Das hat funktioniert. Das Problem ist wahrscheinlich... Das hier. Und jetzt? Hallo, Dragon. Hallo, Dragon. Äh... Warte. Ja, jetzt ist... Nein. Doch. Nein. Oh, ja, aber zu niedrig. Also, es ist jetzt ein Raum, aber es ist zu niedrig. Hä? Wir brauchen 2,7. Oh, wieso denn 2,7? Weiß ich nicht. Habe ich Kacke gebaut? Moment. Weiß ich nicht. Hast du, da haben mich was aus der Kloschüssel geklaut, als ich weg war? Nee. Ich habe keine Burg gebaut. Aber, warte mal. Aber... Wie heißt das gleich noch? Ähm... Oder, warte mal. 2,24. Oder ist das... Nee, aber der Raum war ja nicht zu klein. Ich weiß, glaube ich, warum. 2,23. Jetzt wird es weniger. Ja. Komisch. Hast du jetzt gestern eigentlich mitbekommen, oder haben wir dich verscheucht? Äh, ich habe gestern nicht so viel mitbekommen, nee. Warte mal, was war gestern nochmal? Mittwoch. Und was habe ich gestern gemacht? Du hast Hi geschrieben und dann warst du weg. Dann bin ich quasi wieder disappeared. Ja, ich hatte deinen Stream die ganze Zeit offen, aber, äh, ich habe mit, ähm, Fabi Videos auf YouTube geguckt. Oh. Es wird immer schlimmer. Liegt... Ja. Also willst du wissen, was es Neues gibt? Ich habe nur die, äh, ich, ich habe nur die Schilder gesehen. Und halt das hier alles, das war ja letztes Mal noch nicht da. Also, Dragon hat angefangen, über Forschung zu sprechen. Und danach hat man nie wieder was von dir gehört. Das war richtig gut. Zufall, ich denke nicht. Nee. Die einzige Neuigkeit, die ich hören möchte, ist, dass All The Mods 9 rauskommen, gekommen ist. Also, du bist geil, versteht sich. Nee. Beispiel auf dem kack Discord von denen, kannst du halt auch nichts sehen, weil du dafür 3 Euro im Monat bezahlen darfst, damit du dir die scheiß Announcement angucken kannst. What the fuck? Ja, es ist einfach richtig behindert. Das sagt man nicht. Entschuldigung. Kacke. Es ist kacke. Ja. Aber du darfst Plüschi sagen. Es ist Plüschi? Ja. Ja. So werden die bei uns in der Region genannt. Ah, okay. Also von den Mitarbeitern. Weil man sagt ja nicht Patient oder Kunde. Kunde klingt in dem Kontext sehr falsch. Ja, oder? Aber das wird zum Teil wird das so... Also, im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Kunde. Ja. Aber es klingt in diesem Kontext wirklich nicht richtig. Ja. Also das ist bei uns in der Region halt ein bisschen so, dass du da eher... Das hört sich einfach so falsch an. Ich baue ein Rathaus. Entschuldigung. Was? Ja. Das... Da wollte... Dragon drauf hinaus, dass wir als nächstes ein Rathaus bauen müssen eigentlich. Und es kommt Tierhaltung ins Spiel. Das ist gut. Ja. Minecraft langweilig gehen. Da ist Echo besser. Ähm... Ich würde nicht sagen besser, aber anders. Ja. Definitiv. Sonst hätte ich nicht an die... 2000 oder 3000 Stunden in Minecraft. Hm. Es wird immer weniger. Ach so, es ist übrigens schon wieder kein Raum mehr. Äh, ja, weil ich die Tür hier vorne rausgenommen habe. Ach so. So, wie viel braucht der? Auch 2,7. Hm. Aber der Stahlbeton ist doch Tier 3, oder? Mhm. Und hier ist ja nichts anderes verbaut als Stahlbeton und Wellblech. Mhm. Meine Vermutung ist, dass das der Fahrstuhl ist. Oh. Ja. Ja, es war der Fahrstuhl. Gibt's einen anderen Fahrstuhl? Äh, nicht, dass ich wüsste, aber... Kann ja einfach. Okay. Nein, ich glaube nicht. Ja, es gibt noch den Industrie-Fahrstuhl. Unter Industrie und dann im zweiten Tab. Mein Gott, Echo ist schon so lange draußen und das Wiki ist immer noch gefühlt fast leer. Ja. Also das Wiki ist wirklich einfach nur furchtbar gemacht. Okay. 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 Achso, du wolltest verleveln, dass du dieses Boot zum Fischangeln bauen kannst. Ja, warte. Warte. Jetzt werde ich hier ausgesperrt. Ach, da, hi. Ähm. Ähm, wo wollen wir denn das Rathaus hinbauen? Äh, ja. Das war keine Ja oder Nein Frage. Das war eine Überlegung. Äh, Dragon hatte einen guten Vorschlag. Und zwar springen wir in die Karre. Nur wenn du uns nicht wieder vor die Wand fährst. Ich versuche es. Oh. Ach ja. Ich weiß nicht, was mit den Bäumen da los ist, aber die, die spawnen andauernd. Ich glaube, die mögen das Salzwasser nicht. Okay. So. Und zwar, dass man dann, hier hat man ja das Feld, dann geht hier ein Weg in Fünfer Breite hier runter. und dann könnte man hier, wo die Bäume stehen, das Rathaus bauen. Zum einen hat man sehr viel Platz. Ja. Und, äh, wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht man Wälder und sowas. Und das Feld, wenn das denn bepflanzt wird. Mhm. Klingt gut. Sonst, die andere Idee wäre noch bei dir, wo ich die ganzen Bäume gepflanzt hab. Da ist ein Krokodil. Mhm. Pass auf, sonst schnappst du den Popo. Na. Dann sollte auch jemand das Feld anlegen. Tu mal mit deinen doofen Feldern. Hab ich doch hier. Guck mal, das wächst hier außerordentlich. Ja. Äh, nee, ähm, sonst hier über den Tomaten. Da, wo jetzt grad die ganzen Bäume stehen. Ja. Dann ist man nämlich noch höher als das Forschungszentrum und kann das Meer sehen vielleicht. Man könnte ja mal gucken gehen. Äh. Ich glaube, da find ich tatsächlich noch cooler. Da ist übrigens ein Hai im Wasser. Ja, ja, ich hab gesehen. Und ein Baumstamm. Oh mein Gott. Hm. Also Zuschauer sagt übrigens, bei mir mitzufahren musst du deine Lebensversicherung erhöhen. Der Fall brau ich einen Kotzbeutel. Oh. Ich kann welche von der Arbeit mitbringen. Die sehen aus wie Pferdefutterbeutel. Warum habt ihr einen Kotzbeutel auf der Arbeit? Ich dachte, ihr baut PCs zusammen. Nee, ich arbeite im Krankenhaus. Ich bin verwirrt. Und baut da PCs zusammen. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ich arbeite in der IT im Krankenhaus. Ach so. Ich dachte gerade kurz, du arbeitest in einer Robotikfabrik oder so. Weil, naja, die musst du halt auch reparieren und dann ist es quasi wie ein Krankenhaus, wenn du einen Roboter reparierst. Weißt du, was ich meine? Ja, nee, das kommt erst in einem halben Jahr. John. Ja, nun. Ja. Es gibt hier ein entschiedenes Problem. Es ist grün und hat braune Enten und steht im Weg. Es ist grün und hat braune Enten. Was? Naja, die ganzen Bäume, die hier rumgammeln. Ja, das Problem lässt sich hier relativ leicht beheben. Genau. Also, mal wieder. Wie groß muss denn das Rathaus werden? Naja, du willst ja wohl das Meer sehen, oder? Vom Rathaus aus? Und wenn ich hier runtergucke, kann ich gerade mal dein Lager da hinten sehen. Außer du baust hier oben, dann wird das Meer nicht mehr gerendert. Nein. Ich habe noch eine andere coole Idee. Hau raus. Du könntest, wenn du Bock hast, natürlich nur, ne? als erstes hier oben einfach nur ein 9x9 Haus mit Glas bauen. Es gibt nämlich eine Leuchtturmlampe. Okay. Dann strahlt ich hier schön lang. Nein. Aber irgendwie... es muss sehr groß sein. Auch einen Raum haben für die Galerie, dass ihr die Bilder täglich raten könnt. Ja, das habe ich auch schon von ihm gehört. Ja, ich baue die da unten hin und dann kann ich zur Not die ganzen Berge noch wegreißen. Ja, und ich baue irgendwann den Radlader und dann wird das sogar noch einfach. Was heißt Re... Also... Was heißt das? Äh, so wie ich das verstanden habe, kannst du mit dem einfach überall lang flügen und der macht dir hier einfach Löcher rein. Nein, nein, ich meine das, was Dragon als letztes geschrieben hat. Moment, ich skippiere hier gerade. Bilder täglich reiten, raten, reiten. Also entweder verarscht er uns die ganze Zeit, aber er bringt das raten. Nein, raten. Raten? Ah. Raten. Also bewerten. Ja. Okay. Also entweder verarscht er uns und kommt da mit richtig gut rüber oder nicht. Ähm, anscheinend kannst du Bilder bewerten, die random im Rathaus auftauchen. Warum sollte ich das tun wollen? Äh, das musst du mit Dragon klären. Und Zuschauer sagt, sieht mir das irgendwas? Weiß ich nicht. Zuschauer sagt, dass die Files entfernt wurden und die Abhängigkeiten von ATM. Meines Erachtens nach könnte das nur zwei Dinge bedeuten. Entweder kommen demnächst die echten Files oder sie haben es verkackt. Und die sollen so groß bauen, dass wir ein Thronseil bauen können. Heißt, ich kann den ganzen Berg auf jeden Fall wegmachen. Tut dir keinen Zwang an? Nun gut, auf geht's. Jo, ich setze dir da unten mein großes Baulager hin, ne? Jo, mach das. Dankeschön. Oh Gott. So, wo hatte ich denn die Sachen? Hier unten noch welche? Das ist ein normales Bauholzlager. Ach, hatte ich hier noch. Na komm, dann bauen wir eben fix eins. Ah, das war ich hier noch. Okay, das braucht ein bisschen, dann suchen wir noch ein kleines. ich glaube, das war Und wir können wir das war noch Emily und das war so. Und dann das war und Und Wann das war und das war Oh Gott. Ich habe dir da einen Wagen hingestellt hier oben. Ja. Den kannst du dann einfacher befüllen. Und in drei Minuten kommt dann das was? Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man die Berechtigung entfernen kann. So. Was? Ach nichts. Hast du eine Maulsperre oder? Ach ne jetzt nicht mehr oder? Doch. Ja. Bei mir hast du eine Maulsperre. Das ist halt einfach die Begeisterung darüber, dass ATM rechtzeitig rausgekommen ist. Du meinst nicht rechtzeitig rausgekommen ist? Hm. Deswegen ist es einfach nur eine Maulsperre. Hm. Schön. Also eigentlich ATM not, also Atemnot. Hm. Atemlos durch, Lina. Was? 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 Das geht ja mal gar nicht. Das könnte es auch sein, dass du dann einfach stirbst, weil du nicht genügend Luft bekommst. Oh, und Dragon war schuld an dem Lied. Okay. Und... 42 sekunden kann ja auch eben noch waren gleich einmal eben fix noch nach dem atm mod gucken jetzt wurde nichts veröffentlicht und was sagt twitter twitter sagt gar nichts weiter 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott Hier ist nirgendwo Platz dafür Verdammt Untertitelung des ZDF, 2020 Ok War das ein wenig zu groß? Ok Ha! Hm? Was? Achso Ja, ich hab keinen Platz für das Lager Ja, das Lager ist zu groß Ach, das Baulager Ja, ja Hm, das ist natürlich doof Ja, das dachte ich mir auch gerade Was? Ja, ich hab keinen Platz für das Lager Ja, ich hab keinen Platz für das Lager Ja, aber ich hab nur noch die Porto zu fällen und Erra ist einfach weg Was? Was? Klar, die kommen weg Ja gut, ich muss dann sowieso, dann mach ich auch einen schönen Garten ums Rathaus drumherum Ja, selbstverständlich Und dann ums Rathaus drumherum baue ich dann auch ein bisschen Gras an Was? Na Gras, halt Wiese Ich dachte, er kommt Was hast du denn jetzt gedacht, du kleines Ferkel? Asphalt Nein Also du wolltest direkt wieder Buberz anbauen? Ja, natürlich, was denn sonst? Oh, super Irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen Äh, ja Okay, vielleicht musst du den Baum da doch wegmachen, weil irgendwie komm ich nicht an alle Steine dran Ja, deswegen wollte ich ihn eigentlich auch wegmachen SIEMBER 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 Gras am Bau bin gerne dabei, aber äh, das andere Gras lieber SIEMBER 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 Ja, musst du dann bei Amazon bestellen, dann geht das SIEMBER 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 dem pizzaofen und meine eltern haben das ist sogar die haben den pizzakurs gebucht wo man nicht nur während wie man teig knetet und so weiter sondern auch die ganzen rezepte und so weiter richtig gut und waren sie mal acht stunden unterwegs dafür lieferando macht das möglich die machen immer zwei pizzen für preis für einen angebot bei uns nicht bei uns ist die leute hassen lieferando kannst du den baum da weg machen bitte ja ich esse eigentlich beides gerne aber wie gesagt wenn man halt so eine sache hat auf die man sich richtig fett freut dann wird man fett es regnet übrigens steine ich bin total unschuldig ich will es nur direkt mal sagen bevor hier wieder irgendwie falsche anschuldigung oder so gemacht werden so ich will ja nicht sagen ich will ja nicht sagen dass ich leicht beeinflussbar bin aber aber jetzt bestellen wunschpizza 32 grüße ich will auch pizze haben andererseits kann ich die lasagne halt doch einfach morgen essen ja aber die ist schon von gestern gestern habe ich auch nur so ein mini stück gegessen weil irgendwie nicht mehr so viel essen kann ich werde voll schnell satt immer sei froh wenn du was geiles vor dir stehen hast und du es einfach nicht aufessen kannst ich werde Schöne Pizza zu 22 Uhr bestellt. Geil. Jo, auf jeden Fall. Jetzt gibt's morgen auch noch Pizza. Das Lager ist voll. Ach, verdammt. Ich habe einen Schöne Pizza. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 twitter gibt es keinen der zuschauer hat geschrieben das wird wohl nix ja aber ich hab auch schon auf twitter angeguckt die haben tatsächlich einfach nichts gepostet ha dragon ist morgen übrigens bei deinem stream nicht da warum das oh ja ich kann morgen auch nicht so lange stream weil ich pizza essen muss also zuschauer geht davon aus dass das heute nicht mehr kommen wird weil anscheinend die auch wie heißt das die freischaltung von curse bis 19 uhr geht ich weiß also ich weiß nur nicht ob die eine ausnahme machen bei einem modpack was 84 millionen downloads hat allein was für wer ja entweder sind die grad voll am rotieren aber selbst dann die schaffen es auch auf die kommentare unter dem letzten post zu antworten ja und wenn es nur ist sorry leute es gibt technische probleme wir schaffen es heute nicht ist ja vollkommen in ordnung und verständlich aber ich hasse es im dunkeln gelassen zu werden sowas hasse ich aber auch bei menschen ja ich mein ne selbst wenn man dann sich verabredet hat und dann spontan keinen bock hat oder so alles cool kann ich mit umgehen aber lass mich nicht da hinkommen und mich warten um dann zu sagen ach ne ne noch schlimmer finde ich das es wird gar nichts gesagt du wartest schon seit einer viertelstunde 20 minuten und dann kommt erst die nacht die äh sorry das wird heute nix ja vor allem am besten muss man dafür noch irgendwo hinfahren oder so dann ist ja selbstverständlich ja selbstverständlich passt das lager da auch nicht hin wenn du das andere lager weg machst ne ich hab's jetzt anders gemacht ich hab einen wagen dazwischen gestellt und jetzt ist unser feld ist jetzt ein lager geworden ok 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 langweilig das beste wäre jetzt noch die würden den post mit es kommt am dreißigsten raus löschen ja jetzt kann man auch auf der internetseite nicht mehr auf unterladen oder installieren klicken ja das ist schon seit längerem planet aber kannst du ja gebrauchen immer schön bauaufträge laufen lassen das vergesst ihr immer wieder seid euch da echt gleich ich weiß überhaupt nicht was du meinst bei mir ist das das alter du hast keine ausrede ohne scheiß ich bin froh dass mir mein kopf angewachsen ist sonst würde ich den auch vergessen ich glaube du wirst nicht so schlimm wie ich ich war sonntag bei meinen eltern habe mit dem besprochen dass ich gestern zum kaffee und kuchen vorbeikommen weil meine mutter geburtstag hat gerade mal was ich vergessen habe soll ich dir mal was sagen aus du hast den geburtstag entweder diese oder nicht ja ich weiß nicht weil meine mama geburtstag hat entweder diesen sonntag oder nächsten dienstag ich kann es mir einfach nicht merken weil meine oma hat am anderen tag geburtstag deswegen schenke ich ihr einfach dass ich einmal ihr auto komplett sauber mache von innen weil das kann ich dann einfach an irgendeinem tag machen und dann wird man mich fragen ob ich irgendwie runterkommen will zum kaffee drin und da weiß ich warum ich habe schon auf facebook geguckt aber da steht es leider auch nicht okay bei mir steht sogar im handy drin und ja aber gut ich bin sowieso total furchtbar da drin mir geburtstage zu merken also ich bin froh dass ich meinen eigenen und den von jackie weiß und selbst meinen eigenen habe ich das letzte mal fast vergessen ich habe ein achievement bekommen und ich habe schiefer gefunden ja ich bin auch nicht gut mit geburtstag bei mir stehen alle im handy kalender drin bei mir auch das problem ist nur mein handy gibt mir eine woche vorher bescheid ja da steht aber nicht dass er in der woche geburtstag hat sondern nur hat also ne ich guck dann nur kurz auf die benachrichtigung seh doch den geburtstag und den namen dahinter und dann hab ich ich glaub letztes oder vorletztes jahr hab ich fabi dann gratuliert und er so ist ja süß und nett aber das ist eigentlich erst so in einer woche ja kenne ich ach ne wir haben es im fünften monat was äh ich dachte gerade ich hätte sein geburtstag vergessen weil ich glaube ich weiß wenn er Geburtstag hat ich bin mir aber nicht sicher nicht zu 100% aber es ist auf jeden fall im monat 6 und ich meine es wäre ja und den heiligen geburtstag der mutter zu vergessen das ist echt katastrophal vor allem wenn man sich noch drei tage vorher darüber unterhalten hat und die haben extra für mich kuchen gebacken also weil ich rumkomme eigentlich ja frischen erdbeerkuchen ja und die haben mit jedem mit jeder weiteren nachricht haben die ach das messer tiefer reingetrieben äh äh essen anstellen und wollte schifflät sachen anstellen ich bin ja euer gehirn hier stimmt wollte ich tun ne warte ich komm gleich wieder no essen anstellen kann ich aber gar nicht gar nicht ja bei mir zeigt er das auch an und alles ne nur am tag wo der wo die erinnerung wichtig ist zeigt er es nicht an also der macht dann nicht noch mal eine zusätzliche erinnerung das ist ein bisschen nervig und ich nutze den kalender halt dafür äh vom vom handy viel zu selten weil ich mir da keine termine eintrage weil ich privat eigentlich so gut wie keine termine habe und da ist halt eingestellt dass der mir eine stunde vorher bescheid geben soll aber bei geburtstagen funktioniert es nicht was richtig nervig ist oh nice ja bei mir werden die geburtstage automatisch aus den exchange kontakten gegrabt und ja und da habe ich eigentlich auch eine erinnerung drinnen aber die grabte er nicht richtig ich muss mir das noch mal angucken und mit meinem chef sprechen dass ich eindeutig überlastet bin dass ich schon geburtstage vergesse von der eigenen mutter so können zum und kicken und 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 naja hier steht nichts ok ja das ist wirklich sehr einfach da wüsste ich straight up ähm, weil ich alle drei Tage mit der Familie verbringe passt das ganz gut so steht noch irgendwas in unsere Mods drin so, we are sorry oder so was mich auch ein bisschen stört ist ähm dass du nicht die neueste Antwort oder so sehen kannst was sind das denn für Ärsche also vor sieben Minuten also die sind ja anscheinend online und den ja ja, aber da hat äh Manni schon Manni schon erzählt, dass du da drei Euro Mitgliederbeitrag bezahlen musst, damit du die Announcement sehen kannst ja ja bei Kofi oder so das Spendenziel nicht erreicht und boop, lassen sie es fallen aber dann könnte man da wenigstens irgendwas zu sagen oder? da sind ja wirklich sehr viele Leute drauf gehypt würde ich sagen ok ok aber du meinst nicht das erste mal dass die termin eintragen und den dann nicht halten okay hmm und 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 ich das habe die Ja, der ist weiter Troll, so Okay, Vollad Wofür braucht sie denn Eisen? Hey, das wird mit Stahl repariert Weiß ich Okay 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 Wieso frisst die Schiffwirft denn so viel? War nicht hier irgendwo der Aufzug? Ja Wo ist der hin? Ach hier Oh Hi Hi Ich dachte mir, ich komme sie besuchen Und helfe ihnen Ja, ich wurde von deinem Chat genötigt Ja So kennt man meinen Chat Bin zu hungrig, um das zu tun Ja, dann iss doch was Das Rathaus wird immer wieder gestoppt werden Weil auch die Rohstoffe ausgehen Ja, ich fürchte sowas schon So, erstmal noch ein paar rohe Pilze Ist bestimmt gesund Immer Echt schade, dass man hier kein Trip oder sowas bekommen kann Aha Ja Aha Geh mal auf die andere Seite, falls ich da irgendwie hinkomme Spiel bitte Danke Hier ist ja auch noch Eisen Dann stehen wir uns wenigstens nicht im Weg Ich glaube, die Downloads sind dadurch entstanden, dass einige Leute diese Ignore-File runtergeladen haben Und dadurch Zugriff auf das Modpack bekommen haben Und deswegen ist schon oft einig zu sagen Ich glaub, dass es ziemli auch gellich tut Wir kommen hin allen Bis zum nächsten Mal. Eine Güte geht das tief runter. Ja. Ja, ich glaube hier unten ist nichts mehr. Hä? Das ist alles Sandstein. Was? Ja, dann musst du mal auf die andere Seite kommen. Äh, ich versuch's. Ach, Moment, hier ist noch eins. Äh, okay. Äh, ein bisschen was noch. Hm, ganz kleines bisschen, aua. Der sagt immer von deinem Chat doch einfach von Dragon. Ja, true. Ihr solltet auch klären, aus was ihr das Rathaus bauen wollt. Nur mal so als Tipp. Welche Raumstufe muss das Rathaus denn haben? Weil das entscheidet quasi maßgeblich, welches Material wir verwenden. Obviamente. Äh, wie war dein Tag heute? So ist bei euch heute Feiertag. Feiertag, ja, bei uns ist, äh, Feiertag. Also bei mir ist heute Feiertag. Schmalerei. Und ich war... Was? Hm? Hm? Dass bei euch Feiertag ist. Ja. Äh, auf jeden Fall war ich heute schon ultra produktiv. Also dafür, dass er ein Feiertag ist, ne? Und ich normalerweise an Feiertagen gar nichts tue. Ich glaube, das Rathaus hat keine Stufe, wenn ich mich nicht irre. Aber das weiß ich nicht. Vicky sollte helfen. Ah. Hahaha. Was heißt Rathaus auf Englisch? Ja. Cool. Hm. Rathaus. Mhm. Wheelhouse. Was? Was? Wheelhouse? Ja, wegen Rath. Ach so. Sonst Mayor's Office. Das hat mir nur noch mit der von der D geschrieben. Äh, nja, 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 nja. Town Hall. Danke. Hat Zuschauer geschrieben. Einfach Zuschauer. Einer mit Ahnung. Ich wollte gerade sagen. Wir brauchen eine Town Hall. Äh. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Was? Gut. Das komische Stöhnen oder? Welches komische Stöhnen? Äh. Nein. Ja, hier auch Feuertag. Daher muss ich heute früher anfangen zu arbeiten. Uiui. Ich habe auch zielsicher was bestellt, sodass es genau morgen ankommt. Ach, Kacke. Das war der falsche Knopf. Ich bin so sad. Warum noch nicht draußen? Ja, nee. Ich glaube, das wird heute nichts. Ey, Zuschauer hat auch schon gesagt, die sind... Die haben wohl sowas schon mal gemacht. Oh, wow. Vor 21 Minuten haben sie, äh, die Update-Meldung von Minecraft geliked. Cool, aber dann schaffen sie es nicht mal, eben einen Post zu verfassen. Nee? Nicht möglich? Nee. Gar nicht? Gar nicht. Unsympathisch. Ja. Also, es gibt keine Update-Meldung. Ich kann mal in den Cursed Launcher reingucken. Ich habe gerade schon reingeguckt. Naja, auch bei der Beta steht nichts drin. Miese Zeiten. Ja. Ja. Ich hätte ja jetzt gesagt, okay, äh, mal fix auf'n Dingsonserver gucken, aber... Auf'n, äh... Wie heißt das denn? Discord, aber... Wenn du dafür gerne Geld ausgeben möchtest, dann, äh... Naja, eigentlich eher weniger. Hm. Du kannst da, kannst hier als Nicht-Abonnent quasi nur die Regeln vom Server angucken. Der Rest ist gesperrt. Oh. Nett. Ja. Das kommt heute nicht mehr. Ihr braucht da nicht wie verrückt gucken. Das kommt wahrscheinlich erst morgen. Ja, aber das ist doch kacki. Ist doch kacki. Das kommt noch heute. Um was geht's? Ähm... All the Mods 9, beziehungsweise das All the Mods Team, hat für heute eigentlich All the Mods 9 to the Sky angekündigt. Aber, ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht, dass ich gerade Minecraft spiele. Heißt, es ist noch nicht draußen. Und es kam halt auch noch keine Info, weder auf Twitter noch sonst irgendwo. Beziehungsweise auf dem Discord kann ich ja nicht gucken, weil, um da den Announcement-Channel zu sehen, muss ich, äh, 3 Euro im Monat bezahlen. Und das weiß ich nicht, hab ich irgendwie nicht so viel Lust drauf. Deswegen kommt es morgen. Ja, finde ich aber unverschämt. Ja, da muss ich Pizza ko- äh, essen. Das geht nicht. Ja, theoretisch könnte ich Jackie fragen, ob es in Ordnung ist, wenn ich morgen doch auch streame. Aber mal gucken. Okay, hier ist nix mehr. Joa, ich glaube, wir haben ausreichend. Oh voilà. Oh, hört sich geil an. Ja, und es waren auch schon mega viele Leute, super gehypt, aber ja. Jetzt sind wir hier, ohne das Mod-Pack. Ja, 13.6. kommt die, jetzt weiß ich auch, was du meintest. 13.6. kommt das Thrills and Trills, oder wie das hieß. Und ja, das hat sich, äh, soll auch riesengroß sein. Nur habe ich dazu noch nicht so durchgelesen. Und ja, Ah, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Und hier ist auch keine Update-Meldung. Okay. 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 ich hatte gestern pizza war wieder mal geil oder war mal wieder geil finde ich toll was meinst du denn mit erbmasse pizza heute tag aus dem tiefkühler ja ich glaube ich habe ich habe mich nur von dir beeinflussen lassen das wäre jetzt wirklich so funny wird jetzt von der seite so eine tiefkühlpizza angeflogen kommen aber wirklich lustig aber noch gefroren einfach so bang das wäre nicht so lustig ich habe schon wieder hunger ich würde sagen von neun von zehn leuten würden das auch witzig finden ja ich mag ich mag es aber lieber wenn ich eine von den neun von zehn leuten bin tja und nun das bin ich halt nicht wenn selbstverständlich meinte ich die gefrorene variante ne ja 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 okay das mache ich genauso ich würde mir die tk pizzen immer noch nach weil die sonst zu lasch finde ja 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 ich habe aber sonst immer nur die von rewe die ist nicht ganz so geil ja ja mit delfinen oben drauf ist auch geil aber da finde ich eher da fehlen noch extra zwiebeln drauf ich darf nicht sagen was wir für zeige gerne esse ja ja ich darf nicht sagen was wir für zeige gerne esse also ja die mag ich auch aber es gibt eine pizza die ich lieber esse aber das dann werde ich immer von allen seiten gehauen wenn ich das sage Hawaii mhm ist doch geil ist doch geil ja finde ich halt hoch aber also ich ich habe mir ja eben gerade auch eine Hawaii Pizza bestellt mit Bacon oben drauf siehste da geht schon los da rastet der Chat direkt aus hey ihr seid nur keine Connisseure ihr seid bestimmt auch so Menschen die sich Gorgonzola auf eine Pizza packen ja siehste da geht es direkt schon wieder los bei mir im Chat ich wusste dass das kommt ja aber wir nehmen ja einen komplett anderen Teig dafür als die Italiener selbst nehmen würden das heißt wir machen ja nur eine Pizza Art und keine richtige Pizza das ist ja nochmal ein Unterschied und selbst wenn sie weinen dann lasse doch heulen ist das mein Problem ich glaube nicht das schmeckt einfach gut und fertig oh ja die beste Pizza ist Margherita hä oder was auch geil ist ist äh vier Käsesorten oder fünf Käsesorten oder so die schmeckt auch gut ah mittelalten Kaukla da noch drauf das also wenn meine Pizza geliefert wird würde mich jetzt heute nicht wundern wenn eine Beleidigung im Pappkarton drinnen steht warum na weil das Kollegen sind die das rüberschicken meistens ist da irgendwas bescheuertes drinnen ach geil am Wochenende meistens irgendwie ein Gesicht oder sowas hm wir lassen dich ja auch heulen weil du keine Pizza hast ja PERMA BUN 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 Offensichtlich wurde jetzt erkannt, dass Pizza geordert worden ist und jemand den Stream zucke. Da freut sich einer zu sehr, da gibt es eindeutig jetzt Pizza geliefert. Oder eine Aussage, es wird keine Pizza geliefert. Nee, es wird keine Pizza geliefert. Aber es gibt die gute Tiefkühlpizza. Hey. Ist sie jetzt extra losgefahren? Oder hast du angerufen? Wir haben welche da. Und Jackie macht mir die dann jetzt. Oh Mann. Und nein, wir gehen nicht mit einem Betonmischer wegen einer Ananaspizza auf einer Brücke und machen uns Mafia-Schuhe. Was? Zuschauer will mich mit Betonfüßen von der Brücke schmeißen. Wegen einer Ananaspizza, oder? Ich gehe stark davon aus. Die Leute stellen sich aber auch immer an. Ja. Verstehe ich nicht. Nicht mal selber machen. Nee. So, Shad. Apropos selber machen. Habt ihr schon mal selbst Pizza gemacht? Die Pizza dann so belegt, wie ihr die haben wollt? Und dann zusammengerollt, in Scheiben geschnitten und in den Backofen getan? Also nur so die Hälfte von denen, was du gerade gefragt hast. Hm. Also beim ersten Teil ja, weil wir auch einen Pizzaofen haben mit Steinplatte, aber... Das ist absolut Game Changer. Oh ja, hundertprozentig. Oder meinst du das Zusammenrollen? Das Zusammenrollen. Und nein, keine Kalzone. Da Kalzone ist ja nur, du klappst sie einfach zusammen. Sondern du rollst sie wie eine Zimtschnecke auf. Und dann hast du so gesehen... Äh, ja. Ne aufgerollte Pizza. Ist mega geil. Hast du Luxus und Pizza Dragon? Bin stolz auf dich. Hast jetzt schon zwei mit Pizza beeinflusst. Ah. Ja, wie gesagt, ich wollte ja gestern schon Pizza haben, aber dann war sie leider mit Kochen schneller. Und dann hat das nicht ganz geklappt. Dafür esse ich morgen Mittag und morgen Abend, Fasanie. Ich glaube, das Rathaus wird aus Granit gebaut. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie komisch, wie kommst du drauf? Ich weiß es nicht. Zum Glück ist das kein Italiener, wo ich gearbeitet habe oder bestellt habe. Sondern es ist ein ganz normaler Pizzaladen von Freunden von mir. Also werde ich garantiert nicht in der Brücke runtergeschmissen. Obwohl keine 50 Meter weiter gibt es eine Brücke, also das wäre sogar leicht umzusetzen. Aber da ist gerade nur Niedrigwasser. Das heißt, ich würde bis in den Knien im Wasser stehen. Das bringt dann auch nichts. Das ist ein ganz normaler Pizzaladen von Freunden. Das ist ein ganz normaler Pizzaladen von Freunden. Und schönen Abend noch. Danke, danke und dir auch noch einen schönen Abend. Bis dann, bye bye. Bestell dir Pizza. Du brauchst Pizza. Hat er das nicht sogar? Ne, Moment, Pizza gab es gestern, genau. Er ist egal. Ja, ich glaube, vorher werde ich von der Polizei da rausgefischt, weil das zu offensichtlich ist. Wenn da so ein Dude einfach in Betonschuhen rumsteht. Ansonsten musst du das Seil anstatt an seinen Füßen einfach an seinem Kopf befestigen, dann geht das schon. Wow. Alternativ kannst du es dann aber auch direkt über die Brücke werfen und gar nicht in den Fluss, also. Ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Ja, alle brauchen Pizza. Nur keine Hawaii-Pizza-Brücke. Doch. Genau, die gibt es bei mir gleich. Und ich werde sie im Stream schön voressen. Du willst doch nicht sagen, die Polizei lässt mich da im Wasser stehen, nur weil ich Hawaii-Pizza mag. Was haben sie verbraucht? Ich habe Pizza Hawaii gegessen. Ach, gehen sie doch zum Teufel. Hm. Sorry, die Hawaii-Pizza war nicht das Problem, sondern die aufgerollte Pizza. Ach so. So, damit ich noch mehr Leute trigger. Kennt ihr Pizza-Scheren? Nein. Es gibt Scheren, damit kannst du, äh, ja, Pizza schneiden. Die haben da aber noch so eine Halterung, wo die Pizza dann einfach draufliegt. So ein Dreieck dran. Oh, das ist voll genial. Ja, und sonst, ich schneide meine Pizza auch nur mit einer Schere, mit einer Küchenschere. Ich, äh, mache das tatsächlich, wenn ich mir Sandwich-Toast mache in einem Toaster. Das schneide ich auch mit der Schere durch, weil das ist einfach Aids, das mit, äh, Dings zu machen. Kann ich vollkommen verstehen. Ich habe mir von meiner Schwester eine, ähm, wie heißt das? Ich wollte Bastelschere sagen, aber das ist keine. Eine Stoffschere, weil die länger ist. Ja. Es geht halt auch einfach viel schneller als mit so einem Kackpizza-Roller. Äh, ja. 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 Du, mal eine Frage. Hm? Und was meinst du, braucht das Rathaus nicht auch Treppen, die nach oben führen? Hm. So Anzahl 2. Warum? Na, dann brauchen wir nicht noch zwei Ebenen nach unten gehen. Hahaha. Wir gehen noch zwei Ebenen nach unten. Ach, verdammt. Wie denn das Seine bei Ananas mag ich nicht, aber jeder will das. Hm. Hm, der Counter ist gestiegen. Okay, aber noch no files available. So ein, ja. Okay, Chat. Was mögt ihr denn so überhaupt gar nicht essen jetzt, außer Pizza Hawaii, meine ich? Was ist denn Essen, was ihr absolut gar nicht essen mögt? Äh, Sörströming und Gorgonzola. Ich fang an. Was war das Erste? Kennst du diesen unter, äh, diesen Fisch aus Schweden, der explodiert, wenn man ihn öffnet? Nein. Okay. Dann, 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 wie stehst du zu ekelhaften Videos? Meistens bin ich cool damit. Okay, dann Google, äh, dann, dann such dir mal YouTube-Videos zu Sörströmen raus. Ist das nicht dieses Ding, was so unfassbar ekelhaft stinkt? Ja. Ah, ja, doch, doch, das kenn ich tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, würd ich, glaub ich, nicht essen. Nee. Aber ich würd's vielleicht mit Nase zu mal probieren. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, da muss man sich mal das Video von den Peatsmeet dazu angucken, das ist königlich. Äh, das Radhaus muss groß werden, könnt ihr bauen, wie ihr wollt, auch mehrere Stockwerke möglich. Wir hätten einfach ein Hochhaus hier hinsetzen können als Radhaus. Da, da, da. Nein, das soll ja auch schön aussehen. Brokkoli ist free. Was? Ah, krass, nee, Brokkoli finde ich tatsächlich extrem lecker. Oh, ja, das gibt's bei mir in einer Heißluftfritteuse. Boah, das ist auch geil, das hab ich ja noch nicht ausprobiert, das muss ich nur machen, glaub ich. Auftauen lassen, mit Salz, Pfeffer und Öl schwenken, also, wie... Ich nehm frischen Brokkoli. Ja, der ist aber Gift. Wieso? Weil der, äh, nicht so gesund ist wie Tiefkühlbrokkoli. Ja, das ist jetzt auch wirklich kein Scherz. Hä, auch wenn ich den ganz normal koche? Äh, nee, einfach nur, dass der existiert, ist schon der Teil, der dafür sorgt, dass er nicht so gesund ist wie Tiefkühl. Ich bin verwirrt. Ja. Nee, das liegt... Voll umfänglich. Das liegt dran, dass, ähm, Tiefkühlbrokkoli wird nach der Ernte direkt schockgefrostet, wodurch die Vitamine erhalten bleiben und, ähm... Der frische Brokkoli wird ja noch weitertransportiert. Also, gasst er weiter. Oh. Aber sonst, äh, Brokkoli in kleine Röschen schneiden und dann wie Pommes eigentlich zubereiten. Vollie geile Idee. Und dann kriegt das so ein leichtes Röstaroma. Und das ist mega lecker. Und dann kannst du dir halt so 750 Gramm einverleiben ohne Probleme. Was ich ja zum Beispiel überhaupt nicht gerne esse, und ich weiß absolut nicht warum, ist Linsensuppe. Ja, nee, das ist auch nicht so... Das... Nein, überhaupt nicht. Oder Rosenkohl. Äh, ja. Noch schlimmer sind nur noch Tomaten. Nee, Tomaten sind geil. Nee. Vor allem Tomate, Mozzarella. Bleh. Ähm, nee, davon... Zecker. Also, ich mag keine Tomaten. Ich hab aber so viele Tomaten beim Pizzalieferdienst geschnitten, ähm, dass ich irgendwann jetzt mittlerweile vom Geruch her... Wird mir schlecht. Oh, das ist natürlich doof. Ja. Ja, gut, dann gibt's ab jetzt halt nur noch Tiefkühlbrokkoli, was? Hey, Dreck, das ist gemein. Rosenkohl ist Pui, Tomaten sind mega geil. Ach so, der alte Mann hat sogar recht. Ja, ja, Zuschauer, sorry. Also, ich will nur mal, ich will nur mal sagen, ich hafte nicht für meinen Chat, ne? Ach. Fürs Internet kann man eh keine Haftung übernehmen. Sollte man auch noch nicht tun. Nee. Da wird man dann am Ende nur verhaftet. Mhm. Ach, weil das Lehm ist deswegen. Was ist noch ekelhaft? Anschauvis, habt ihr schon mal Anschauvis gegessen? Nein. Das ist bei mir auch etwas, wo ich absolut nicht rankomme. Ich und gemein, nein, gar nicht. Ich bin immer die Bebrauch von Anschau... Ja, genau. Vielleicht, vielleicht tretest du dir dasselbe ein. Das heißt aber im Übrigen nicht, dass es real wird. Just saying. Ja, ich weiß, dass der Chat den Streamer widerspiegelt. Also, pures Chaos mit absolutem Unwissen und Inselbegabung. Offensichtlich weg. Ja, sag ich ja. Doch, zwischendurch ein wenig chaotisch, aber nett. Und Inselbegabung mit sehr hohem technischen Anteil. So ist das zumindest bei mir. Ja, und so würde ich auch den Chat einstufen. Zum Teil. Aber alle höchst nett und hilfsbereit. Auf jeden Fall. Apropos hilfsbereit. Das hast du jetzt gesagt. Oh, ich habe eine Mitteilung. Neuer Post. Wow, Lord of the Rings. Die haben ihren Mega-Sailer eröffnet. Da bauen wir unsere Mods. Die haben echt nichts dran. Die haben auch keine Antworten gedroppt. Die haben auch keine neuen Files. Und die Download-Zeile ist noch nicht nach oben gegangen. Ich war der Hoffnung, dass das irgendwas mit vielleicht 20 Uhr oder so ist. Nö. Okay. Schade. Okay. 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 Du meinst du dieses Video von dem Typen, der einen Burger bewertet? Nein. Und im Amtszug vor einem Tisch sitzt? Nein. Hallo, Spaddy. Hallo, Spaddy. Wie? Nein, kenne ich nicht. Gut, dass du da bist. Mit dir muss ich noch was bequatschen. Das geht immer so böse, wenn du das so sagst. Wenn wir am Samstag dann Beat Saber streamen wollen, dann brauche ich das Spiel aber in Steam, oder? Weil ansonsten funktioniert die Übertragung nicht. Alter Mann, du kannst Granit schon verarbeiten, soll ich dir sagen. Hm, ich weiß. Na, sei da wieder fleißig. Nein, ich finde das nicht gut. Vor allem fleißig da drin, genau nicht das zu tun, was Dragon uns rät. Ja, ja, dann machen wir doch mal hier ein bisschen Granit-Produktion. Ja, ja, dann machen wir doch mal hier ein bisschen Granit-Produktion. Aber nicht heute! Nicht heute! Take a ride on your widest of horses! Shake the earth! You can do it all, but not today! Not today! It's the end! It's the end! Boom! ... ... ... ... ... ... ... Die hat ja jetzt wirklich Pizza. Die hat ja jetzt wirklich Pizza. Die hat ja jetzt wirklich Pizza. So. Oh verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Blaue Bände will ich nicht. So. 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 Ich will das jetzt hier eigentlich alles machen, damit wir Korn anpflanzen. damit wir neue Brote bekommen, weil wir haben nicht mehr Pi. So. 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 Ver Gerät jetzt eben die Produktion hier weitermachen. So. Wifital haben wir dann? Speicher. Okay. Das haben wir durch. So. So. Okay. Und jetzt kommt die Waschstraße. 32. Oh mein Gott. 308. 300. 2. 2. 2. 2. 2. Nice. Oh. Oh mein Gott, das Spiel hat sich schon wieder verschoben. Was soll denn der Kack? Und ich weiß ernsthaft nicht, woran das liegt. Oh mein Gott, das Spiel hat sich schon wieder verschoben. Hm. Nee, ist noch nicht draußen. Hm. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Äh, was? Ja, wir haben keine Nahrung mehr, das ist echt problematisch. Okay. 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 Ja. Aber ich finde, dass du die Pflanzen relativ schlecht siehst. Okay. 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 Ja, das ist dann die nächste Stufe. Ich hatte nämlich gesehen, du brauchst für alles andere Minimum Öl, damit du Plastik herstellen kannst. Und irgendwie auch für die Forschung und so weiter brauchst du dann das Öl. Ja, leider kein Wahlöl, das wäre ja einfach gewesen. Ja, leider kein Wahlöl. Ja, leider kein Wahlöl. also beim nächsten mal muss man auf jeden fall ein feld bauen das einfach zwei kilometer geradeaus geht wo man einfach nur geradeaus holen kann das sehr grausam ja Hallöchen ja ich weiß dass du äh Forschung sehr wichtig findest und ja es ist natürlich auch wichtig aber müssen wir auch bisschen voran kommen äh ja weil der Mörtel hinter den Bricks steht das heißt das läuft dann erst sobald die Bricks kein Mörtel mehr haben da haben wir jetzt noch 258 stück so So, Lala, du wolltest eine Frage stellen oder du brauchst eine Bitte? Oh. So, Lala, du wolltest eine Frage stellen. So, Lala, du wolltest eine Frage stellen. Ja, können wir gerne machen. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt noch aktuell sind, weil da ja das Update kam. Ob die dann noch funktionieren, das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Ja. Manni hat ihre Pizzareste weggebracht. Was? Ja, du hast innerhalb von, keine Ahnung, 15 Minuten, ey, noch nicht mal, komplette Pizza inhaliert. Oh. Ja, ich hatte ein bisschen Hunger. Oh Gott. Ich habe heute zum Mittag nur eine halbe Currywurst Pommes gegessen. Oh Gott. Weil ich gefühlt nach fünf Pommes und drei Stücken Wurst schon nicht mehr konnte. Ja, das ist dann ein wenig wenig. Ja, deswegen hatte ich jetzt relativ großen Hunger. Normalerweise schaffe ich nämlich auch keine ganze Pizza. Ja. Echt nicht? Nein. Oh mein Gott, ich darf dir nichts erzählen. War in der Pause mal beim alten Mann gewesen. So. Maluse. Ui eh. Maja Dörn, wir haben uns ums Feld gekümmert. Was? Ja, habe ich gesehen. Sau. Was denn? Ich habe ihn gerade gemacht. Glückwunsch. Ich frag mich ja, ob die Leute im Stream seekrank werden können. Wieso? Ach, weil mir langsam schlecht wird. Wovon? Achso, vom ständigen hin und her gewackelt beim Steine aufsammeln. Ja, genau. Lala sagt Hallo. Hallo Lalalöchen. Oh Gott. Ja, das Feld ist wichtig. Apropos, solltest du mal dein Baumwollfeld ernten, brauchst du wieder Stoff. Ich hab die ganze Baumwolle doch noch gar nicht verarbeitet, glaube ich. Ich glaube, ich hab die ganze noch einfach so in den Kisten rumfliegen. Ich ess kurz ein bisschen Speck, ja. Jo. Dann mach. Okay. Dann ist aber gut, dass dir nicht schlecht wird oder euch, wenn ihr alle am zocken seid, dann ist das vom Vorteil. Ja. Falsche Richtung. Ja. 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 dir, pünktlich um 22 Uhr wird das veröffentlicht. Irgendwie sowas, wo du gerade pennen gehen willst, kommt dann so, ja jetzt ist es raus. Warte, 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 ich habe da nämlich Time Zone. So. Every Time Zone. Wo haben wir es denn jetzt gerade? 18 Uhr. So, guck mal. Also, die Leute. Würdest du mir später danken? Ja, wahrscheinlich schon. Also, die Leute kommen nämlich aus Brasilien, deswegen ist das noch nicht veröffentlicht, weil die das um 18 Uhr raushauen wollen. Was? 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 Waren das gerade offizielle News? Äh, nee, das war meine Vermutung. Okay, es kommt dann um 23 Uhr deutsche Zeit, weil es dann 18 Uhr in Brasilien ist. Oh, wow. Wirst vielleicht ein paar Tische fürs Rathaus Stoff brauchen. Habt dir nichts erzählt und du weißt von nichts. Oh, boi, das klingt böse. Ich muss gleich meine Schaufel und meine Spitzhacke reparieren. Ja, so. Und um 1 Uhr nachts würde es nach Central Time US rauskommen. Das kann halt schon er sein, ne? Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ah, da sind die Leute in Australien echt gehoobst. Weil da ist es dann der 31. um 11 Uhr. Oh, wow. Ähm. Die haben auf Twitter vor... Sekunde. Warum solltest du mich in den Arm stürzen? Vor 16 Stunden geschrieben, ob das Spiel morgen rauskommt oder das Modpack morgen rauskommt. Da kann es ja sein, dass bei den vor 16 Stunden gestern Mittag oder so war. Mann, sollen sie doch einfach alle hier, äh, diese zentrale Einheit da nehmen. Also ich war gerade auf der Seite Every Time Zone. Hm. Also ich war gerade auf der Seite, ich war gerade auf der Seite, ich war gerade auf der Seite. Ja, und dann spielen wir halt morgen Nachmittag bis, äh, 18 Uhr. Dann gehe ich Pizza essen und dann starten wir in Stream Nummer 2 rein oder so. Also dieses Wochenende wird echt wenig mit Stream, weil Samstag bin ich auf dem Geburtstag. Hm, ich habe sowas befürchtet, dass das diese Nacht irgendwann dann kommt. Ich kann euch paradise, ich bin prendreentsmaß vor sehr, ich bin primär suivre heute. Okay. Ich binängerer Neumgibaltig. Ich werde mich unfortunately um ein bisschen für heute übeln. Ich liebe das. Ich hatte Anz network aus dem custody, ich habe das Wort immer nochnim. Ja, definitiv, weil ich dann nicht zocken werde. Und dann könnte man... Ja, doch, das dürfte hinkommen. Und ich habe mir das Questbook ein wenig angeguckt. Da sind noch einige Sachen drin, wo ich glaube, das muss noch geupdatet werden. Aber... Das sieht schon cool aus. Vor allem die Startinsel sieht cool aus. Ja, das kommt dann morgen um 17 Uhr raus oder so. Super, so. Ja. Wie stehst du eigentlich zu Boomer-Humor? Ich kann über fast jeden Humor lachen. Okay. Der Bau des Rathaus ist eine ABM. Also anders... Ja, der Bau an sich wahrscheinlich nicht, aber das Wegmachen des Berges... Ja, definitiv. Müssen wir dann eigentlich noch einen tiefer gehen wegen dem Fußboden oder setzen wir es einfach hier oben drauf? Nee, da muss man dann schon noch einen tiefer gehen, wenn wir einen Grundrück des Rathauses haben. Aha. Guck mal, ich habe hier gefunden, wie ich das finde. Hier liegt meine Meinung dazu. Hier. Lebt das Vieh noch? Nee, das ist tot. Oh ja, Fußball. Bau! Wow. Wow. Also eventuell habe ich es gerade weggeschossen. Ja, der Hai hat auch Hunger. Das ist es glaube ich nicht gekommen. Ich glaube, es ist da hinten gegen den Stein geklatscht und alles freut diszippiert. Oh, nice. Äh... Und du wolltest doch noch Bauholz herstellen. Hast du vergessen und meistens guter Tipp. Das Ding ist, haben wir noch Nägel? Nee, äh, wir könnten jetzt mal eben so für zwei Stunden schlafen gehen. Dann könnte ich, äh, Eisen anstellen. Das ist wahrscheinlich eine fantastische Idee. Okay. Dann such dir mal einen Platz. Ja, ich glaube, Manni mag ihr Fleisch ein bisschen pelzig. Was? Naja, du hast den Hasen weggeschossen, ohne den vorher, äh, abzuziehen. Ja, ich stehe auch blutig und fusselig zwischen den Zähnen. Ja. Jetzt darf ich wieder nicht reden, weil das sieht echt gruselig aus. Mh. Definitiv. Ja, fertig. Hallo, kannst du jetzt mal noch ein bisschen liegen bleiben? Ich hätte dann noch zwei Stunden mit, äh, Baumwollfasern. Äh, Moment doch. Dankeschön. Ja. Äh, Zuschauer sagt übrigens, wir sollen noch eine Fläche ausheben, damit wir einen Verlies bauen können. Wofür brauchen wir einen Verlies? Naja, man kann einen Gerichtssaal bauen. Wir sind hier zu zweit auf dem Server. Tja. Sofern du nicht ein Kaninchen einsperren willst, ähm, perfekt, das wird dann aufstehen. Oh. Ja, lass uns noch mal hinlegen, es ist dunkel. Ich jetzt? Tach, why not? Habe ich mich gerade wieder voll gegessen? Da hat der Chit aber recht. Ähm. Äh. Hä? Ähm. Oh. Ähm. Äh. Äh. Okay. Okay. War einfach non-existent. Das wäre eigentlich so geil. Du gehst nicht mehr offline, sondern... Machst dann einfach so 24-Stunden-Stream und während du nicht spielst, hockst du in der Gefängniszelle. Äh. Äh. No. Das wollte ich eigentlich nicht. Da geht's nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, da würde ich das Geld in die Hand nehmen und einen zweiten Computer kaufen. Äh, dritten, wo nur das gestreamt wird. Das, das, da macht das, das ist ja wirklich eine förmliche Bestrafung, da macht doch das Leben keinen Spaß mehr. Was ist denn jetzt hier das Problem? Da ist das wieder das Loch da oben. Das habe ich doch zu. Ja, toll. Okay, dann machen wir noch eben das Loch zu. Okay. So, herstellen. Na komm, wir stellen erstmal nicht so viel Eisen her. Ja. 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 BTF. Lauf! Hey! Es ist gedroppt Was ist gedroppt? ATM Jetzt Du verarschst mich Nee, nee, ich hab grad einfach nur so random die Seite aktualisiert Nein Klar Nein Doch Nein Release Nein Warte, ich hab den Stream nicht offen Äh Das lädt grad den Release runter Wo? Wenn ich auf Warte, hä? Hä? Ja, jetzt ist es Ich kann ja nicht Was zur Hölle? Bitte Spiel Also Was ist denn jetzt dein Problem? Hä? Was zur Hölle? Was machst du denn da? Ja, weiß ich nicht Ja, weiß ich nicht Wenn ich, äh Wenn ich die Internetseite geladen hab Von AllTheMods9 Hat er das nicht gemacht Ich musste auf ATM-Team gehen Und da konnte ich dann auf Download klicken Jo Ja, ich ändere schon mal den Stream-Titel und alles Obwohl, warte, ich muss mit Fabi noch reden Fabi, bist du wieder da? Klopp, klopp Hallo Hallo Oh Weil ich muss das auf jeden Fall auf dem Server machen Weil eine Singleplayer-Welt kann ich jetzt definitiv nicht starten Jo Kann ich vollkommen verstehen So Ja, stetig geht's voran Muss ich echt jetzt noch kurz Minecraft ertragen? Oh je Das kommt ganz drauf an Das kommt wirklich ganz drauf an, äh Wann Fabi mir jetzt antwortet Ah, schön Die Schicht unten drunter ist Basalt So ein bisschen Nice So hat man's doch gerne Einmal draufhauen Aber nicht immer Okay Fabi Also in 15 Minuten muss ich mich eh fertig machen für die Nachtschicht Also in 15 Minuten bout Das wird schon gut. Warum musst du denn auf einmal disipieren? Kann ja doch nicht machen. Zumindest für ein Stündchen noch anzocken. Der ist auch so, ich schreibe da. Sooo. I love Flight of a... ...deutraut... ...so nichtbar. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ja, kann auch sehr freundlich sein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja cool, ähm, morgen dann, nein, morgen nicht. Dann demnächst wieder Buddelsession, wa? Perfekt, er ist auf mich. Das wollte ich hören. Letzter Spirit. Ich muss nur 5 nach unten, dass ihr auf einer gleichen Ebene seid. Ja, ich weiß, aber auch 5 ist halt schon echt viel. So mal, wenn ich mir überlege, wie lange das jetzt schon gedauert hat. Ich meine, wir sind 3 Stunden fast dran, hier runter zu buddeln. Das ist halt schon viel. Okay. 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 Hello. Ähm, was? Also ich bin einfach hier über das ATM-Team gegangen und dann Feature Blasted Updated, also S.W.O.R.D. Weil er wahrscheinlich das Backen mit den Po-Backen verwechselt hat. Ich bin einfach ein Chatbot. Ey! Ey! Drang will dich nur verarschen! Hä? Achso, stimmt. Ich hätte mir die Nachricht vielleicht auch mal durchlesen können, ne? Übrung haben wir schon. Also zumindest schon hier. Oder meinst du das A dann auch benutzen? Ich mein, was ja Sinn macht. Und das jetzt hier, die da runter lehnt, dauert das ewig einfach mal. Hä? Nein! Ich hab grad den Server gestartet, den ich grad eingerichtet hab. Und Zuschauer, du meintest doch das Ganze, ne? Äh. Äh. Ich hab da mal einen Fragen. Ja? Sollen wir dann zu dritt spielen oder sollen Fabi und ich uns, also soll Fabi, also... Achso, ne. Den, den Server... Äh. Das ist meiner hier zu Hause. Der ist von extern nicht erreichbar. Der ist abgekapselt. Dann musst du doch hosten, Fabi. Ja, äh. Sorry. Für die Verwirrung. Äh. Ja. Alles gut. Habi schreibt fort weiter, Leitung. Und da ich keine Ahnung davon hab, leite ich das einfach so weiter. Äh. Äh. Ja, ne. Ich geb meine Adresse nicht öffentlich raus. Ich brauch Öl für besseres Essen. Hä? Äh. Aber das Öl fürs Essen mach ich doch aus Pflanzen. Ich nehm doch nicht das Öl, was ich aus der Erde fördere und ess das. Wie ekelhaft bist du denn? Und ich hab mir leider noch nicht DuckDNS angeguckt. Das tut echt leid. Das tut echt leid. Das tut echt leid. Oh, sorry. ich wäre FocusDus. Kannst du mir echt safer was ich. Sooo... Ich verschenke immer noch keine Domains an Leute, die ich nicht kenne. Und hallo Astrowolf. Ja. Ja, ich würde das mit Direktintegration machen, aber aktuell will der Server noch nicht mehr starten. Ja, ich würde das mit dem Server schneller ans Laufen kriegt, als du deinen. Ja. 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 Ah, es gibt Server-Files. Okay. Ups. So, und ich mach mich jetzt fertig für die Nachtschicht. Schönen Stream und Abend durch. Bis dann, alles klar. Danke fürs Reinschauen. Bis dann, schöne, angenehme, gute Nachtschicht. Bye, bye. Danke dir auch. Viel Spaß. Äh, ähm, Stream Elements. Ähm, Fabi, streamst du dann auch? Also ich mach nur noch so bis halb elf vielleicht. Aber... Dann würde ich nämlich noch kurz den Multi-Twitch-Link abändern. Okay. Dann mach ich gleich mal einen Shout-Out. Würdest du länger machen? Ja, aber sonst nicht. Ja, ich muss morgen früh leider arbeiten. Deswegen ist es schwierig mit länger machen. Weil sonst bin ich morgen wieder tot. Und wenn ich da wie so ein Zombie im Online-Meeting sitze, ist es halt ungünstig. Was? Hm? Hm? Und dann schließe ich schon mal kurz in die ansicht hier Warte mal ich kann doch ins gesicht pieksen. Ich kann stempeln ins gesicht rücken Okay bei dir sieht es so aus als würde ich vor dir rumstempeln, bei mir sieht es so aus als würde ich dem gesicht rumstempeln Oh ja, wow Moment erstmal hier, warum kann ich nicht, ach so weil ich doof bin unter Umständen Profile options, memory settings Du darfst hier gerne 12 gigabyte, megabyte, gigabyte nehmen So Bin ich direkt gespannt was er sich oben drüber grabbt, ob er sich dann minecraft direkt als äh, obwohl doch eigentlich sollte minecraft oben drüber sein Joa, dann euch viel spaß Dann mal gucken Dir auch, danke, danke Wie weit ihr kommt Ja, ich bin gespannt Den server zu starten dauert eh ein Weilchen Ja Also bin beim ersten Mal Ja Oh ja, guck mal, er grabbt sich minecraft direkt oben drüber Ja, perfekt, dann äh verabschiede ich mich hier von dir und wünsche dir noch einen schönen Abend und einen angenehmen minecraft stream dann Danke, gleichfalls, ich werd aber auch nicht mehr so lange machen Ja Alles klar, bis denn, bye bye Bis denn, ciao So Dann kicken wir mal auf wir den server irgendwie zum starten kriegen Den hab ich grad abgeschossen, weil ich Ops Ah, äh, schon fertig Okay Wir kopieren jetzt da an rüber Auf den neuen server Moin What gate Ich, äh Installiere jetzt grad den neuen, äh, minecraft server Und dann kicken wir mal Dann muss ich den hier noch einmal beenden und neu starten Wenn die Daten übertragen sind So So Die sind jetzt da Äh Idle Shutdown Stop server Und hoffen Und Start Mensch Konsole Wie siehts dann jetzt hier aus Configuration System Settings Das sieht gut aus Security & Privacy Allow flight Das hatte ich alles noch drinnen Ja Java & Memory 24 Gigs sollen reichen Performance So Sleep Mode Zero Enable 0 Enable Stop Time out 0 Fertig Back Plus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das wollte ich eigentlich nicht machen. Okay. Also, kriegen wir die noch irgendwie hier raus. Und ich mach mal eben die Musik aus. Sonst wird der ganze Kram wieder geclaimed. So, funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht. Okay, ich muss noch ein Auto installieren. So, aber... Ja, okay. So, this is the spawn island. Do not build here. Do skyblock GUI. Skyblock GUI. Team, create a new team. Oh. Okay, das sind also die stream. Cozy cottage. Anarchie. Anarchie. Okay. Classic. Dear Wolf. Cozy. Ich glaube, wir starten mit dem cozy cottage, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, wir starten mit dem nervig mai. Ich kann. Oh. 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 Ich glaube, ich starte mit dem Crazy Co- Nee, nicht Crazy, Cozy. Two, okay, ein Gift. Cabinet. Oh! Botanist Workshop. Alter, sehen die geil aus. Ich habe schon Kühl. Okay, das ist wirklich ein einfacher... Okay. Au. Au. Äh. Okay, cool. Nice. Also, fangen wir erstmal mit den Basics an. Ha, geil. Also, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Einfach... Ich höre irgendeinen Glocken. Sieht um die Karte aus. So. Okay. Äh. Hä, lol. Okay, ich glaube, hier ist eine Mod installiert. Und so, womit starten wir denn? Also, we're getting started. Kriegen wir dit. Wir haben Wood. Okay, die würde ich nicht anpinnen. Okay, dit brauchen wir. Rock. Äh. Okay. Ups. Ist relativ einfach. Du startest das Spiel und spielst es. Okay. Also, ich sehe da jetzt kein Problem drinne. Und es macht Spaß. Jo, du bist da ja auch nicht gezwungen, das zu spielen. Das ist ja das Gute. Okay. Okay. Shapeless Crafting ist auch dabei. Äh. Abbauen meine ich. Schön. Okay. Also, was braucht ich hier. Ah. Oh. So, und das coole ist halt, äh, oh, das Funktion, mhm. So cool. Barrel freigeschaltet, ja, slap scream, wer's stone bear, so Isaac... So,acing this has with chains, we split intoится-barrel and barry. Okay, cor~! Okay, Clay is better with water and Reikling is dust to get Clay. Okidoki. Oh. Right Click. Oh. Bitte Offhand. Ah, okay. Ich glaube, dass es noch ein bisschen buggt. Bin mir da noch nicht so ganz sicher. Weil ich halt jetzt eigentlich nur Shift und Rechtsclick gedrückt. Okay, dann. Nice. Okay. Äh, Kick Rock haben wir. So. So. Compress und Hammering. Okay, das kennen wir ja alles schon. Aber wir brauchen Clay all fired up, damit wir das herstellen können. Okay. Okay, wir müssen wirklich einen Hammer, damit wir das bekommen. So. So. Und. Wir brauchen einen. Wir brauchen Regen. Okay, machen wir dann so. Ähm, morgen bin ich aber nicht ganz so lange wach. Äh, nicht da meine ich. Oh, es geht noch nach oben. Ähm, ich bin abends noch zum Pizza essen und Samstag bin ich auf dem, äh, Geburtstag eingeladen. Also da müssen wir mal gucken, wie man das am Geschicktesten umsetzen kann. Aber sonst wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und äh, ne gute Nacht später. Ja, eigentlich schon. Aber wie gesagt, ähm, wenn wir uns da verpassen, dann bringt das ja nix. Oh, nice. Kann ich da jetzt nicht rein? Baby, it's understaat. Offensichtlich nicht. Haha... Uh... Das war's für heute. Okay, bis morgen. Gute Nacht. 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 Und sonst lädst du dir halt das Packet runter. Gute Nacht. 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 super funktioniert weiter ja das meine ich halt nur dass die comfy variante dass du das direkt im launcher drin hast ist dann noch mal nur über kurz so mal gucken ob das jetzt funktioniert jetzt funktioniert so okay das heißt du brauchst also du hast es auch easy wieso funktioniert borderless minecraft ford oder muss ich das vorher noch einstellen es funktioniert sauber das ist also dass das läuft dann einfach indem du wird dann einfach auswählst du das packet und dann läuft okay entspannt so ja 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 das cool verdammt give me everything back so und die haben die textur vergessen also getting started wir haben jetzt den string okay starting ich brauche noch und ich soll toast machen okay habe ich schon genügend ja ich kann machen ich muss diese kleinen teile hier entfernen das tut euch leid aber das wären sonst zu viele wenigstens wir haben noch nicht wie das passt ha dieser sound rauw 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 ok rauw Okay, das haben wir, das haben wir. Was wollten wir, den Next Shred ist ja eigentlich zu warten, dass es regnet. Damit ich Wasser bekomme, aber vorher brauche ich einen Eimer. Den müsste ich ja über Lehm bekommen. Oh, verdammt. Nun hier. Ah, und dann kommt man... ...dringstens herstellen. Ja, ey, komm. Wir wollen hier entspannt spielen, oder? Und nicht am Anfang direkt gestresst werden. Und das ist ein... Ich finde, ein sehr entspannter Start. Oh, kacke. Äh, kleiner Tipp. Äh, wenn du mit... ...FTP Utilities, ähm... ...Oakleafs abbaust, anscheinend... ...ähm... ...obwohl... ...moment, wie viele Bones habe ich? Ein, okay. Ne, anscheinend nicht. Ich habe das jetzt viermal ausprobiert und keinen rausbekommen. Und wo ich jetzt hier, ähm, normal abgebaut habe, mit der Crook, ohne den Utility, habe ich direkt einen bekommen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der... ...das Ex Nilo, äh, berechnet, wie viel in diesem einen... ...wie hoch deine Chance ist, in diesem einen was zu bekommen. Und wenn du dann alle gleichzeitig mit dem Parameter von dem einen abbaust, dann hast du halt Pech gehabt. Äh, ich... Es könnte natürlich sein, dass das irgendwas anderes ist, wenn du... ...ähm... ...die... ...ähm... ...Knochen-Crook nimmst, oder so. So, Stone Barrel. Okay, das wird so hergestellt. The Pen is used, because lava can make black stone and what not. Yeah. Copystone Generator MK5, okay. Hier, die hier hätte man in Create Life 5 gebraucht, oder? Haha. So ein richtig geiles Upgrade, dass du richtig schnell was da rausbekommst. So... Also ein Oaksiv. So... Ex... 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 Ex Machina. Oh, ich hoffe, das funktioniert wieder wie im All. Das ist so ewig her, dass ich mit Ex nihilo gearbeitet habe. Aber damals konntest du ganz viele Siebe aneinander stellen und dann einfach rechts Blick drücken. Und der hat dir dann alles gegeben. Also der hat dann alles auf einen verteilt. Oh So, ähm, wir brauchen Stehen, schrinnen. Ey, derf nicht. So, ähm, wir brauchen so, ähm, wir brauchen so, ähm, wir brauchen hier noch mal der Hammer. So, ähm, so, ähm, wir brauchen 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 So... Okay, das ist schön an die Anziehung, muss ich sagen. Okay, das ist schön an die Anziehung. Ah, das wird super. Ups. Da ist leider was da. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, die ist schon mitgeflogen Okay, so wie hieß der hier nochmal Ein O-Cruple-Bug Ah, okay Also brauchen wir ordentlich Chance Das wird ja super So, das ist ja Okay, man kann bis zu 64 von den ZDFs aneinander bauen Oh, okay Dang Das ist schon Hello Monster So, ich glaube, meine Pizza ist da Ich bin mal eben kurz weg So, ich glaube, meine Pizza ist da Okay. Oh Nein, es war wirklich die Pisse. Oh. Oh, ich wollte noch was ausscheiden. So, ob grieffend die A-T. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Wie funktioniert ein Denk? Okay. 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 So hell. Wenn ich jetzt gedrückt halte. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das geht ja jetzt ordentlich durch. Das denke ich schon an Heiz. Das geht ja jetzt. Gut. So, aber... Ich denke, ich werde jetzt auch Feierabend machen und dann morgen da noch mal ein bisschen reingucken. So gegen 14, 15 Uhr denke ich. Mal kicken. Vielleicht auch schon... Ja, vielleicht auch schon früher. Ich weiß nicht, was auf Arbeit abgeht, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber irgendwie so 14, 15 Uhr denke ich mal, werde ich wieder online kommen. Und dann würde ich sagen, starten wir richtig rein. Und kicken einfach mal, wie wir weitermachen. Bis jetzt... Ist das noch so... Alles neu? Gucken wir einfach mal. Genau, und dann gucken wir auch noch bei Anni und... Ja, wie das da abgeht. Oh. Ein Horty Meal. Okay, das ist ein normales Erschiefbend. Okay. Ähm. Ja. Fleisch. Okay. Genau, aber für, ähm... Heute denke ich mal, war es das erste Mal. Ja, wie gesagt, ich bin... Vision K.O. Und... Dann geht's morgen weiter ab. Schön entspannt in... ATM to the Sky. Ähm. Ich hoffe... Ja, morgen schaltet ich auch wieder ein. Und sonst wünsche ich euch erstmal... Eine angenehme Nacht. Schön Abend. Und... Oh Gott. Ähm, ja. Lasst euch nicht von Zombies ärgern. Die sind böse. Jemand weiß. Und sonst... Erstmal eine schöne gute Nacht. Wir... Reign jetzt zu... Money rüber. Und... Ja. Also... Entspannt euch. Sagt er Hallo. Und dann... Sehen wir uns... Äh... Denk ich mal... Morgen wieder. Cheerio und auf Wiedersehen.